Aber er trifft die nicht, weil er nicht zählen kann. Ja, ne? Neon halt. Ich schwör's euch, ich leg gleich diese ganzen Billigwaffen ab und renne hier nur noch mit Raketenwerfer und Gatling durch die Gegend. Ja, schieß schön daneben. Hier, guck dir das an. Ich seh's. Das ist mega behindert. Buddy, you'll feel fine. Na, wenigstens das, ne? Man sieht auch gar nichts. Komm her! Komm her! Komm her! Da sind's sogar zwei. Oh oh, du hast da keine Mutti mehr. Ob das so klug war? Oh oh. Scheiße. Ich möcht ja nix sagen, Alter. Ich höre nicht eine Raketenwerfer. Das ist mir kackegast. Was ist das denn hier? Kannst du doch damit treffen? Wow. Das ist doch mega unlogisch, weil die Dinger auf den Boden kriechen. Neue, was soll's? Ja, ich schieße auch immer in die Luft, wenn ich irgendwas auf den Boden treffen will. Wahrscheinlich von den Patronenhülsen erschlagen oder so. Wir haben noch nie mal die Karte von dem Scheiß-Labor, ey. Wie kriegen wir die eigentlich? Ähm, okay. Das ist klar. Immer wenn ich sowas sage, dann finden wir das, was wir suchen. So groß ist das ja gar nicht. Nicht wirklich. Sieht im ersten Moment groß aus, aber ist das eigentlich gar nicht so. Tschüss, Magnum! Nein. Nein. Haha. Ich weiß noch nicht, warum das nicht so gut ist. Ja. Das genau, ja. Wir gehen, hör mit dem Mixshort. Hör mit dem Blut. 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 So, und jetzt nehme ich den Raketenwerfer aus. Hör mit dem Blut. Ja, vielleicht ist das die letzte Chance, diese Waffe zu demonstrieren. Man weiß es ja nicht. Ich wüsste ihn auch gefälligst aus. So, ich habe es nur so gespeichert, ohne Inkluft. Schnellspeichertaste. Schämlich. Boah! Das Glas steht auf dem Tisch. Ich weiß schon, ich weiß noch, was hier nicht kommt. Deswegen nehme ich mal diesen hier. Also ich soll jetzt nicht schießen, das mache ich mich doch selber kaputt. Na, wo sind wir? Und ein Red Herb. Ja, das kann da auch schön liegen bleiben. Obwohl, könnte ich das theoretisch mit dem mischen, nein könnte ich nicht. Nein. What the hell? It looks like a Schrank. Tightly locked. Tightly locked. Tightly locked. Tightly locked. Weaponbox keys. Das sage ich doch. Und wir finden... Magnum Parts. Hm, okay, dafür war der da. Egal. Wir benutzen die Magnum eh nicht mehr. Von daher, no. Lass dich schön da liegen. Aber ich muss ja auch noch was anderes geben. Ach du Scheiße, komm hier nicht. Ja, komm. Bam. Irgendwie brennt der Typ. Ich höre es. Ist ja auch noch kein Werfer. Jo. Ey, die sollen nur hier hin kommen. Da ist er. Hallo. Da war er. Ich denke, das ist all night. So, jetzt aber. Hallo. Ich geh doch. Hm, ist er schon tot? Ja. Ich hab mich echt wundern. So, was gibt's denn hier Feines? So, was gibt's denn hier Feines? Hier gibt's was ganz wichtiges bestimmt. Was für Experimente machen die hier? Äh. Oh, ich höre noch ein Zombie. Oder wir brauchen hier was, was wir noch nicht haben. Das kann aussehen. Aber nicht noch. Oh, der lebt noch. Da liegt doch was. Lab Card Key. Ist das nicht die, die man... Ja, klar. Ich weiß wieder, für welche Tür wir die brauchen. Du auch? Äh, ja. Für die Tür oben. Richtig. Neben diesem, äh, ja. Shot. Genau. Und ich wette, die brauchen wir auch noch woanders. Das ist gut möglich. So. Wenn schon, dann schon die X-Taste drücken. Ja. Ne, sonst kommt man nicht durch die Tür. Was war denn hier hinten noch? Äh. 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 Okay, dafür haben wir die auch gebraucht. Ähm. Oh, nö. Ich glaube, hier kommen wieder diese scheiß Pflanzen. What the fuck is that? Einfach mal drauf ballern. Na klar. Tschüss. Oh, wenn man den dann trifft. Bam. Ich glaube, ein Schuss hat schon gereicht. Ja, das blutet schon aus, wie man sieht. So, was liegt denn hier Feindes? I can't reach the computer. Äh. Das Ding... Was ist das bei? Epic fail, würde ich sagen. Alles klar. Gut. Was wohl bedeutet? Das kann man sagen. Das wir... Hier nicht... Das kann man sagen. Da lag da noch mal was? Ne. Das heißt, wir müssen wohl... uns irgendwas besorgen, womit wir das wegmachen können. Ich schätze mal der Flammenwerfer. Das bringe ich auch. Aber wo gibt's denn? Ich hab schon so ne Ahnung. Ja, wir sind echt und schnell. Ja, das muss man echt sagen. Also... Oh. Einen kompletten Wurf von einem Tag hochladen, das muss mir erst mal jemand nachmachen. Tja. der Garment learning der Distanz der Strike auch. Das konsert in der Rück penny. Ich habe eineartige besorgen, wie objetivo in diese Seite. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann. Mann, Mann Mann. Mann Mann, Mann Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann »M Detroit. Mann, Mann Mann, Synd' Mann. erwischt obwohl das war dieses Kanzer Kattagio die Bündnis ich hätte mich so von selber die Luft gejagt so was wir gefunden haben ist nicht die im O-Disc die wir da unten brauchen und dieses Herb las ich da liegen das können wir nachher noch mitnehmen weil da müssen wir nachher eh noch hin zu dieser Tür äh äh mit zu sagen denn wir brauchen es ist zweiter und ich schätze eher drei weil wir ja noch die M.O.Disc finden werden also was im Prinzip komplett nutzlos was wir da unten hingegangen sind wo die Quatschung muss ja die äh den Laborkart finden da die Richtlinie das stimmt also schon damals gleich schon also ich schätze mal von hier aus noch eine halbe Stunde maximal mit Abspann mal gucken gucken ob ich so schnell bin ähm so oh boy upplanned und auch ist es nicht in Schuss weiter ja ich weiß ich seh es ich seh es das geht nur zuerst das ist nicht in Schuss nicht in Schuss nicht in Schuss ja ich halte nicht gut was auszuliehen Bei den geben die einem noch einen mit, wenn man an denen vorbeiläuft. So, hier war ich nämlich auch noch nicht. Oder? Das ist auch von The Inside. Und bei dem roten war ich auch noch nicht. Im roten Gang. Ja, hier gibt es nämlich den Flammenwerber. Ich bin ziemlich sicher. Oh yeah. Bringt uns zwar jetzt nicht mehr wirklich was, aber... Wir brauchen ihn, glaube ich, um an diesen Computer zu kommen. Ja, und der ändert die Fingerabdrücke. Glaube ich. Das war so, dass ich hier Gift... Ja, dafür brauchen wir nämlich den Flammenwerfer. Und da ist blaues Kraut. Ja. Kannst du da hinten... Guess, Passwort known. Vailed for 24 hours. Okay, wissen wir Bescheid. Das fieb ich jetzt weg. Nee, ist es noch nicht. Ja, da braucht den Flammenwerfer für. Pour oil all over the place. Ja, er hat es nur nicht mehr geschafft, das anzuzünden. Ja, dann nimm noch mal dein Feuerzeug. Ne, ne, ne. Mit einem Feuerzeug geht das, glaube ich, nicht. Oder? Ja, das ist mal. Tatsache. Ich dachte, ich bräuchte den Flammenwerfer dafür. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Oh, wunderbar. Jetzt ist unten wahrscheinlich auch der Computer frei. Nein, nein, nein. Äh, ich schätze, dafür brauchen wir den Flammenwerfer. Und der befindet sich in dem Raum, wo wir jetzt drin sind. Könnte ich mich... Oh. Oh. Double kill. Das war nämlich der It's locked from the inside. Hier, was sind wir denn hier? Okay, Shotgun-Munition. Aber wo war dann der Flammenwerfer? Wie blöd. Vielleicht doch in dem anderen Bereich noch, wo wir noch nicht waren. Oh.